Ja mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Ich hoffe, ihr seid bereit, weiterhin mit mir zu leiden. Heute gehen wir da hinten hin zu diesen, ich weiß nicht was das ist. Kann man von dir aus nicht erkennen, das sieht aus wie Hydras. Hydras? Keine Ahnung. So verwechselt, das sieht man gar nicht. Naja, gehen wir einfach mal hin. Ich glaube, die Kiste war das letzte, was wir eingesammelt haben. Gut, ich gehe nochmal zurück. Aber ich muss den Scheiß noch drehen, nämlich. Und ich muss mich hier mal kurz heilen. So, ich habe mich einmal komplett voll geheilt. Und jetzt gehen wir wieder in den Horrortrip. Kurz üben zu schlagen, okay, gut. Ich darf es nicht vergessen, wie man schlägt. Okay, ich sehe da ein bisschen was leuchten. Ich sehe da, keine Ahnung was das ist. Das sind so Mini-Gargoals, oder? Nur von hinten. Ah, das sind die Dinger, die mich getragen haben. Jetzt wollen sie mich töten. Der Wahnsinn. Naja. Okay, wir haben hier mal wieder Ritter. Äh, na gut. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Ui. Sag mal, Dude. Was soll das? Hast du Langeweile oder so? Du musst noch ein Stück näher kommen. Ich hoffe, das reicht einfach mal. Super. Ja. Jetzt bist du an der Mauer. Jetzt hast du es geschafft. Und der Kollege kommt jetzt auch noch. Wow. Geh mal ein bisschen zurück. Muss Agro loswerden. Okay, der Einer holt schon ab. Hallo? Das war knapp. Das war knapp. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Aber was willst du machen? So, das zu denen. Jetzt zu dir. Oh Gott. Oh, der schlägt zweimal. Unfaire Scheiße. Ich hab doch nicht genug Ausdauer für euch alle. Und zack. Genau, so kannst du zuschlagen. Das ist perfekt. Okay. Die Tür ist nämlich anverschlossen. Weißt du, ich kann sie öffnen? Ja, klar. Dann halt nicht. Dann versuchen wir es halt auf dieser Seite. Hier sieht es schon besser aus. Ihr seid zu zweit. Warum seid ihr immer zu zweit? Was soll denn der Scheiß? Die Tür ist zu. Äh, sie sind zu dritt. WTF. Okay, ich muss einen anlocken. Nur einen Zero. Ah, klar. Okay, so geht's auch. Merken wir uns das? Oh, 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 Freundchen. Du bist ein Magiefutze, ja? Woher kommst du jetzt her? Ich weiß, dass du hier zu zweit seid. Ich werd bestimmt einen Scheiß tun und da hinlaufen. Oh, nein. Nicht zuschlagen, danke. Okay. Ich kann dich nicht einfach runterschubsen, oder? Nein. Den habe ich schon getriggert. Naja. Der fuck, du Arsch. Ich hasse es, wenn ihr zweimal zuschlagt. Kann nicht jeder einfach einmal zuschlagen? Dämonensperr. Okay. Dämonensperr. Was haben wir denn da? Da, Dämonensperr. Blitzschaden. Gibt schon geile Waffen, ne? Aber wir sind halt auf Stärke gegangen. Gelobt sei die Sonne, oder was? Du bist mit Absprung. Kannst du klicken, Alter. So. Okay. Lage. Da geht's runter. Hier ist noch ein anderer Weg. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Dann weiß ich nicht, was da alles rumhängt. Ich sehe den einen. Die Lage ist hier sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen versuche ich den einfach mal zu treffen. Aha. Kleinen Schlawiner hier. zu zweit hängen die da rum. Ja, komm her. Oh, da passt du da nicht durch. Oh, das tut mir ja leid für dich. Aber ich muss einen von euch loswerden. Ach, du Scheiße. Ich treffe den hier nicht mal. Ich habe nur 66 Pfeile. Kann einer runterfallen? Ich meine, ihr seid doch doof, oder nicht? Ich finde es gut, dass der eine jetzt im Weg steht. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, der kommt mit jedem Schuss näher. Ich muss hier unbedingt auf Nummer sicher gehen. Ganz ehrlich, ich will diesen Weg nicht noch einmal durchstreiten. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Es wirkt alles wie eine bösartige Falle. Da hängt bestimmt noch mehr drinne. Hinter den anderen Säulen. Ich treffe den Penner nicht mal. Okay. Ich will hier noch... Das ist so... Keine Ahnung. Als wäre ich so eine Zielscheibe. Wenn ich hier lang laufe. Dämonen-Späer. Ich habe Leben verloren. So durch. Hä? Oh. Da durch. Ich schieße ihn beide auf mich. Geil. Einfach geil. Kann ich den von hier irgendwie erwischen? Okay, gucken wir uns die Lage an. Wenn ich da hochrenne, wie so ein Berserker. Okay. Warum tut ihr mir das an? Einfach durch rennen. Okay, jetzt ist es nur einer. Glaube ich. Ja. Fuck. Diese Arschlöcher. So. Äh. Ehrlich gesagt. Habe ich keinen Bock hier komplett normal alles zu töten. Uns liegen dahinten 14.000 Seelen vor. Das ist jetzt nicht so viel. Die kann ich wahrscheinlich irgendwo auf haben. Äh. Ich brauche einfach nur... Einfach nur ein Leuchtfeuer. Mehr will ich nicht. Geil. Läuft schon mal super. Mehr als ein Leuchtfeuer will ich nicht. Ich werde jetzt hier einfach versuchen, ständig durchzurennen. Ich zeige euch alle Tode. Bis ich es geschafft habe. Das ist der Plan. Oh. Oh. Okay. Das war Tod um eins. Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Ich hätte da einfach runterrennen müssen. Einfach nur hier runterrennen. Einfach nur hier runterrennen. Genau. So. Dann müssen wir gleich nach links rennen. Und dann sind wir wieder da, wo wir gestorben sind. Eigentlich gar nicht mehr so schwer. Das heißt, es sind Arschlöcher unterwegs. Die Blitzen abfeuern. Und mit Pfeilen ab... Ach Gott, ey. Diese Stelle. Ist ja der Horror schlechthin. Okay. Die Blitztypen können wir hier ja nicht folgen, ne? Ja. Dann rennen wir hier jetzt hoch. Uh. Ach, da ist einer runtergefallen. Okay. Wir müssen nur an dem Typen hier vorbei, glaube ich. Oder in die andere Richtung. Was natürlich echt kacke wäre. Stirb doch. Das ist... Warum? Okay. Ich probiere mal jetzt zuerst nach links zu laufen. Den Typen links fertig zu machen. Und den anderen dann mit Pfeilenbogen versuchen abzuschießen. Das ist, äh... Ich bin verzweifelt. Ich komme an dem nicht vorbei. Ich fahre einfach jedes Mal runter. Zumindest kriege ich gerade das... Äh... Das ist dann so, dass er seinen Pfeilenbogen weglegt. Das ist halt... Ich habe das noch gar nicht realisiert, dass er ihn überhaupt weglegt. Und dann laufen wir zurück. Okay, der wechselt einfach hin und her. Ich gebe zu, ich bin mittlerweile verzweifelt. Was ich von hier aus nicht treffen kann. Den Sack wahrscheinlich genauso wenig. Was mache ich nur? Verzweiflung, Freunde. Verzweiflung breitet sich aus. Ich versuche es nochmal mit der Taktik, den links erstmal loszuwerden. Okay, ich bin losgeworden. Ist das vielleicht der Tag der Tage? Wieso habe ich gerade Leben verloren? Seele hält. Wow, danke für nichts. So. Da ist der Sack. Kann ich den irgendwie selber treffen? Okay, so kommt er nicht an mich ran, ne? Oh Gott. Er ist runtergefallen. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Er ist runter. Ich habe es geschafft. Wehe, wehe. Das ist ein Boss. Um Gottes Willen, wenn das ein Boss ist. Ich schwöre es nicht. Wenn ich hier jetzt durchgehe und dahinter ist ein Boss, beende ich das Let's Play. So, fertig. Oh Gott. Es ist kein Boss. Halleluja. Okay. Links oder rechts? Sieht gerade aus. Da ist irgendwie eine Nachricht. Sind die Türen überhaupt offen? Ja. Leuchtfeuer. Was los? Soll er? Wie hast du das geschafft? Oh, da bist du. Du hast diese Tage geblieben. Ein schmutziger Zutaten da draußen. Wenn du meine brillant schweizenden Signature sehen, schau nicht an mich. Du hast mich mit ziemlich einer Impression gelassen. Ich würde eine Chance, dir zu helfen. Du hättest mir gerade helfen können. Gerade eben. Du hast wirklich Spaß mit mir mit mir, nicht wahr? Wenn ich es nicht mehr wusste, würde ich denken, dass du mich fühlst. Oh nein, liebe Frau, wovon du das nicht hörst. Knapp 50 mal gestorben, ich habe es euch mal erspart, alle Tote zu zeigen. Hallo! Darf ich die Truhe haben? Mal gucken, wie stark ihr überhaupt seid. Blöd genug seid ihr auf jeden Fall. Ihr seid wie die schwarzen Ritter, nur schwächer. Tausend, okay. Ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht mit dem, wo ich farmen möchte. Aber erstmal schaue ich mich um. Ich schaue mich um. Und dann gucken wir mal, wo die meisten Gegner hier rumlungern und wo sie am einfachsten zu bekämpfen sind. Und dann werde ich hier einfach farmen. Ganz einfach. Hallo! Ich bin StatZero. Ich bin gerade 50 mal an deinen Freunden gestorben. Au. Alter! Kannst du das lassen? Wir müssen mal nicht falsch. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung laufen. Ich glaube, ich muss Richtung Schild laufen bei denen. Oha! One Shot. Okay, aber hier kriegt man wenigstens gute Erfahrung. Sooo, noch mehr Türen. Warum sind hier so viele Türen? Scheinbare Wand. Oh, hier? Also das hier sieht schon ziemlich verdächtig aus. Oh, ist das hier so dunkel? Das gefällt mir nicht. Aber egal, ich habe ein Leuchtfeuer. Ich bin glücklich. Das ist eine falsche Kiste. Das sehe ich doch. Ja. Sowas von falsch. Und jetzt stirbst du, mein Freund. Ach. Was hast du denn zu bieten für mich? Okkulte Keule. Ok. So eine Magierkeule. Naja, eine Keule mehr. War jetzt nicht der Wahnsinn hier, aber gut. So, hier war noch eine Tür, oder? Naja. Perfekt. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch oben, ne? Gut. Ich werde höchstwahrscheinlich öfters mal zurücklaufen. Wenn hier so viel Erfahrung sind und die Leuchtfeuer so weit entfernt sind. Versuch's mit springen. Wieso? Wo soll man denn da springen? Och man, schon wieder einer. Aber leicht zu bekämpfen, die Jungs. Silbermünze. Ok. Hat sie jetzt nicht wirklich gelohnt? Das ist noch eine Kiste. Auch wieder eine falsche? Warum? Der braucht von lange. Eigentlich kann ich zweimal so zuschlagen, ne? Er ist eigentlich ein richtig langsamer Mob. Oh oh. Goldmünze. Ey, seh, 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 seh. Das war ja so. Ich zeig her über die ganzen Münzen. Okay, da ist ein Weg. Hier ist ein Gegner. Und Blut. Na gut. Oh, oh, ich habe keinen Ausdauer mehr. Ja, ich sollte in der Wegung ziehen, mal wieder auf Ausdauer zu gehen, ne? Aber gut. Hi, Bro. Hier oben kann ich aber nicht runterspringen, ne? Seele eines Helden. Ach, genau, die kann ich auch noch einsetzen, ne? Mach ich, wenn ich in der Nähe bin. Okay, ein Drachenkopf. Das ist schön. Gegner. Okay, das ist auch schön. Ach. Aha, die Wendel, das sind zwei Wendeltreppen. Deswegen versuchst du mit springen. Ah. Oder soll ich hier runterspringen? Komm ich nicht von da? Soll ich springen, Lut. Springen. Ich weiß ja nicht. Also, es ist anscheinend möglich. Aber vielleicht bin ich einfach nur nicht geskillt genug. Um das zu schaffen. Oh. Easy. Was haben wir das jetzt gebracht? Ach so, ich bin bei diesen Typen. Aber ich habe gesehen, dass hier ja ein Weg ist, ne? Denn dieser Weg führt mich wahrscheinlich zur verschlossenen Tür unten, was mir eine Abkürzung hierher verschafft. Weswegen ich mich dann mit dem Typen anlegen kann. Ah, ja, 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 ja. Das ist uncool. Toll. Toll, toll, toll Genau, komm hierher, wo wir Platz haben zu kämpfen Oh, ich dachte, das wären zwei jetzt Das war nur seine Lanze, die er durchgeguckt hat Aha Okay, doch kein Backstep Eigenschaft, jetzt bin ich tot Glück gehabt Jetzt mach doch einen Backstep Mann Okay, ich muss mir eh gleich heilen Also, ich hab gleich Keine Tränke mehr Ja, aber gut Von hier aus werde ich die, glaube ich, leichter bekämpfen können Oh Bewachst du zwei Truhen, ja? Super Nicht getroffen Der Klassiker, der Klassiker Ha Erwischt Okay, die Truhen sind echt Silberretten, äh, Silberretter-Dinger Uh Gucken wir uns mal an, haben die bessere Werte Okay Und Gewicht Äh, 4,5 21, 4,8 Okay 39, 11,7 Aber ich bin jetzt über meinem Limit wahrscheinlich, ne? War ja gerade noch so Im Bereich Alter, ich bin genau bei 50%, ne? Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen Dafür muss ich noch ein bisschen auf Kondition gehen Aber das kann ich hier ja ein bisschen erfarmen Von daher So Wie ich es mir gedacht habe Wir sind hier So Das heißt Ich verwende jetzt mal All mein Stuff Den ich habe Und guck, was ich daraus machen kann So Wir haben jetzt 56.000 Seelen Ich hole mir noch ein bisschen Menschlichkeit Damit wir dieses Leuchtfeuer entfachen können Um Damit mehr Heilung zu haben Für diesen Bereich Ich glaube, das könnte wichtig sein Entfachen Das kostet zwei Seelen Fuck Jetzt müssten wir eigentlich, äh, 10 Stück haben Ja, sehr schön Das hat schon mal funktioniert Ähm Aufsteigen Wir haben damit Die Vitalität von 30 erreicht Die ich wollte Wenn ich auf Stärke gehe Okay, da geht es noch ordentlich hoch Soll ich jetzt auf Stärke gehen? Ich meine, wir kriegen noch richtig Ein Boost dafür Aber ich würde sagen Konditionen erstmal auf 20 Und dann gehen wir nochmal auf Stärke 40 Das ist der Plan Buch Rufsymbol Ah Okay Jetzt weiß ich, wie die Rufsymbole aussehen Gut Freunde, ich würde sagen, aber das war es für heute Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen Ich weiß nicht, wie viel dabei rausgekommen ist Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder Und dann laufen wir hier ein bisschen rum Werden die Lage checken Und wenn ich merke Okay Jetzt kann ich farmen Dann sollte ich das tun Haut rein Euer Zero Tschüss Und dann geht es um Und dann geht es um Das ist das Das ist das